So Leute, wieder draußen im Balkon und heute, wie versprochen, habe ich für euch Schorgetten. Salzkaramell, vegan, Kakaoerzeugnis mit Haferdrinkpulver und Haselnussmark und Karamellcremefüllung und Salzkaramell. Hier sind Nährwerte, ich glaube, kann man schon sehen, denke ich. Schöne Verpackung, so aus Papier, 15 Stück. Preis, ich weiß es leider nicht. Vegan. Nehmen wir mal so ein Ding raus. Man hat beim ersten Biss so, kommt der ganze Salz so, also dieser salzige Karamellgeschmack. Sehr guter Schmelz, nicht zu süß, auch finde ich sehr gut. Kein Tessig noch. Hier ist diese Füllung. Irgendwie doppelt. Fühlt sich nach ordentlich Salz in der Zunge, aber da sind gerade mal 0,39 Gramm auf 100. Aber, ja, kann ich nur empfehlen, die schmecken sehr gut. Hier können wir auch noch die Schichten sehen. Klar, auf dem Bild hier jetzt natürlich ein bisschen verschönert, aber geht auf Haferdrink-Basis. Die schmecken sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Castell FTP